Tractor Pulling heißt die Sportart. Ich kannte sie bisher nur vom Hörensagen. Le Coffeur heißt das Team, seit 30 Jahren erfolgreich in dieser Wahnsinns-Sportart unterwegs. Und ich muss ehrlich sagen, das ist sehr imposant hier drin zu sitzen mit 4000 PS vor meiner Nase und die können 20 Tonnen Ballast ziehen. Ein Wahnsinn, was es auf der Essen-Motorshow alles zu sehen gibt. Es hat keine Grenzen in keine Richtung und das sieht man auch an diesem Tractor Pulling. Und ich werde in Zukunft die Augen offen halten, wenn vielleicht Le Coffeur erfolgreich im nächsten Jahr wieder unterwegs sein wird.